... unten. So, Michlaus, zeig dir mal! Halt, du musst eine Pizze geben. Du kannst schon eine Anziehung. Warte, du musst auch der Pizze helfen, eine Anziehung. Komm! Komm! Du musst sie einfach umkehren. Du willst nicht zuerst? Komm mit! Komm mit! Das musst du nachher anlegen. Du musst zuerst, sonst haben wir das Fallste. Er macht nichts. Noch mitnehmen! Das ist schon knapp. Nimm den Luki aus, Olivia! Am Kleinen! Viter suchen! Viter suchen! Viter suchen! Komm mit! Ja, das erst anlegen! Komm schon! Äh! Lina, komm mit! Lina. Lina, komm mit! Nein, ich laufe mit der Kamera. Oh, sorry. Bekommst du? Lustig. Jetzt wohnen sie runter. Jetzt wohnen sie runter. Noch ganz klein. Oh, nein. Oh, nein. Achtung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, nein. Ja, nein. Du möchtest du mit den Klaus zählen? Oh ja. Das ist doch nötig! Bela! Ui, Böckli! Wir haben einen unsehnigen Erfolg gehabt. Ich habe mir als Ernst ab überlegt, ob ich den Rest meines Lebens als Sami Klaus verbringen wollte. So viel fotografiert, weil in den zwei Stunden wir wohl nie wurden. Um den Kopf mitzureihen! Bela! 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 Und die Mug noch! Bela! Jetzt sind wir mit dem Rift durchgefahren. Nicht rein! Bela! Bela! Oh! Bela! 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 Das war's für heute.